Leo, was hast du? Wir waren der Fahrrad-Fun, haben wir letzte Woche schon erzählt, in der Pre- oder Post-Show. Genau, bis unser Plus, wenn ihr das hören möchtet, ist es sehr interessant, wie man selbst Leo und Basti die Top-Radler ans Limit bringen kann. Ich möchte, also Leo Top-Radler, fair nach. Auf jeden Fall kann man Fahrradfahrer zerstören. Ja, wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und länger unterwegs ist, wir waren ja sozusagen von, wir sind ja nicht von Punkt A wieder zu Punkt A zurückgekehrt, sondern von Punkt A nach Punkt B und von Punkt B nach Punkt C. Und dann will man ja durchaus Sachen mit sich führen. Vielleicht will man mal andere Klamotten anziehen, ist angebracht, habe ich gehört. Man braucht irgendwie was, was man sonst vielleicht im Hotel irgendwie ins Bad mitnehmen würde und verschiedene Sachen und Ausrüstung natürlich, Snacks und Essen in großen Mengen. Das heißt, man braucht Taschen für sein Fahrrad. Und das Genre der Fahrradtaschen ist sehr lustig. Da gibt es natürlich Leute, die irgendwie schon seit 55 Jahren Bikepacking machen mit irgendwie ganz klassischem Fahrrad. Die lachen da natürlich nur. Aber inzwischen gibt es ja so, dass du irgendwie dein, gerade dein Rennrad oder Mountainbike oder Gravelbike oder was auch immer für ein Fahrrad halt mit diversesten Täschchen behängen kannst, die du an allen möglichen Stellen des Fahrrads irgendwie kannst du Sachen aufhängen und anhängen und drumhängen, was sehr lustig ist. Und es ging dann auf diese Reise zu und mir war klar, dass ich habe keine Taschen, die ich in meinem Fahrrad hängen kann. Und dann sagte Basti, ich bring dir eine Tasche mit. Und diese Tasche hatte ich jetzt im Einsatz. Und es gibt eine besondere Art von diesen. Es gibt verschiedene, wo man die halt immer dran hängt. Und es gibt eine Art von Taschen, die hängt man praktisch unter den Sattel. Und die haben tatsächlich den offiziellen Namen Arschrakete. Das ist der offizielle Name für diese Form von Tasche. Und der Name, der bestreibt diese Taschen einfach. Ja. Weil die hängen halt praktisch. Ja, also die sind dadurch, dass du, du musst dir ja vorstellen, du hast da ja wirklich Kleidung und aller möglichen Sachen drin. Und das heißt, diese Tasche ist nicht einfach nur wie so ein kleines Reparaturpäckchen, was man irgendwie so an die Sattelstütze unter den Sattel hängt. Sondern das ist was, was wirklich hinten praktisch raussteht. Und es sieht halt massiv albern aus. Also das ist, glaube ich, die albernste Form von Fahrradtasche, die es gibt. Aber natürlich auch eine sehr flexible und weitreichende Form von Fahrradtasche. Weil du bekommst halt sau viel rein in die Arschrakete, muss man sagen. Und sie ist natürlich schnell irgendwie einfach da auch montiert. Und jetzt hatte Basti mir dieses Modell hier von Deuter mitgebracht. Das heißt, ich habe es gerade, genau, gut, dass du es ausgesprochen hast und nicht ich, Cabezon SB16. Und das Konzept ist ein lustiges, weil normalerweise ist es so, dass diese, oder meistens ist es so, dass diese Arschrakete ein Teil ist. Das heißt, du hast diese Tasche, die aus einem Element besteht und hängst dieses eine Element unter den Sattel. Was okay ist und was wahrscheinlich die Komplexität reduziert, aber den Nachteil hat, dass wenn du halt mal schnell oder auch abends oder überhaupt halt diese, dein Gepäck halt vom Fahrrad wegnehmen und rausnehmen möchtest, was du meistens möchtest, früher oder später, dann musst du halt dieses ganze Ding von deinem Fahrrad abschnallen. Okay, ich sehe, wieso die so heißt. Jetzt verstehe ich das. Die Arschrakete. Die steht nach hinten weg und sieht ein bisschen aus, wie sie aus deinem Hintern kommen. Ich habe auch beim Ansehen der Bilder gemerkt, dass ich die falsch montiert hatte, aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Oh. Was hast du jetzt auch gemerkt? Sehr gut. Auf jeden Fall, das Ansatz von diesem Deuter-Ding ist, dass du praktisch zwei Elemente hast, nämlich ein Element, was du halt am Fahrrad anbringst und das bleibt halt am Fahrrad während deiner Tour. Und das zweite Element ist sozusagen der Beutel, der auch wasserdicht sein soll, den du halt aus diesem Anhänge-Element, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man das Foto sieht oder Bilder sieht, ist sehr klar, wie das funktioniert. Den Beutel kannst du einfach rausnehmen und wieder reinstopfen. Das heißt, du kannst halt super schnell mal was aus dieser Tasche rausholen, auch unterwegs oder halt abends praktisch, wenn du dich irgendwo beim Einquartier ist, einfach diese Tasche rauszureißen. Das heißt, das feste Teil ist quasi so eine Schelle, wo du dann die Tasche drin einspannen kannst. Das gibt es für vorne an Lenker und das gibt es halt für unter die Stange und für hinten unterm Sattel. Und vorne am Lenker ist es, glaube ich, durchaus üblicher, dass man dieses Doppelsystem hat, also dass man die Rolle halt reinklemmt und dann aber rausnehmen kann. Aber bei der Arschrakete ist es normalerweise so, dass die eine Tasche ist, die du praktisch draufhängst und dann immer abschneiden musst für jedes Mal, wenn du irgendwie da wirklich tiefer dran willst. Und das Problem an der Arschrakete ist halt dadurch, dass du ja, du hast so eine Art schultütenförmiges Tasche. Das heißt also so eine lange, trichterartige Tasche, in der du, wie gesagt, relativ viel reinbekommst. Aber wenn du genau zum Beispiel zu dem T-Shirt willst, was ganz unten drin ist, dann musst du da sehr, sehr lange suchen und greifen und rumsortieren, bis du zu diesem Element gekommen bist, wo du es halt verstaut hast in diesem doch erstaunlich großen Beutel. Ich habe die Literzahl vergessen, die kann man da auch nachschauen. 16 Liter sind das klar. Aber es ist wirklich, also man bekommt, also ich hatte, ich hatte noch einen kleinen, also ich bin damit jetzt das Wochenende rumgekommen, hatte noch einen kleinen Rucksack zusätzlich, der, glaube ich, nur 8 Liter hat auf dem Rücken und hatte praktisch mein komplettes Gepäck in diesem Beutel drin. Nicht schlecht. Also das war relativ sensationell, muss man eigentlich sagen. Und gut, wir hatten jetzt keinen, wir hatten zum Glück, muss man auch sagen, keinen strömenden Regen oder sowas. Ich weiß nicht, ob die irgendwie jetzt also wirklich so einen 5 Stunden Schutt durchgemacht hätte. So leichtes, leichtes mal angeregnet werden, war zumindest kein Problem bei unserer Tour gewesen. Also ich war auf jeden Fall insgesamt sehr zufrieden. Ich war auch sehr glücklich, dass mir Basti die mitgebracht hätte, weil sonst hätte ich massive Probleme mit Platz und Logistik gehabt. Und dieses Konzept hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und jetzt, wo ich mir die Bilder angeschaut habe, weiß ich auch, wie man die regt. Dass wir das nicht gerafft haben, wir sind doch einfach ein bisschen bescheuert. Was habt ihr denn gemacht? Das darf man nicht so laut sagen. Wir haben das genauso gemacht wie auf den Bildern. Ja, exakt. Kostet so 100 Euro am Streisenspreis. Und der einzige Nachteil von der gegenüber jetzt zum Beispiel, ich habe eine von Ortlieb noch, die halt dieses System nicht hat, ist, dass sie wiegt halt 100 Gramm mehr bei selben Fassungsvermögen, weil natürlich du dieses Teil hast, was immer am Rad bleibt. Ich habe auch die Lenkertasche davon und das ist schon einfach sehr nett, weil ich mag die Ortliebtasche sehr gern und habe mir dann gesagt, ja, die kann Leo halt, die kann die Deuter Tasche nehmen. Und spätestens am ersten Abend war ich so ein bisschen neidisch. Da hätte ich kurz drüber nachdenken sollen und dir die Ortliebtasche aufs Auge drücken sollen, weil es ist ein gutes Konzept einfach, muss man schon fairerweise sagen. Ja. Okay, gut, ich linke mal dieses Ding und da gibt es auch ein Video, dass ihr euch anschauen könnt, wie das korrekt montiert wird. Damit habe ich es verstanden. Wahrscheinlich gibt es eigentlich keinen anderen Weg, das festzumachen. Nee, kann man nicht falsch machen, keine Sorge. Das ist völlig unmöglich. Gut, gut.